Dieser praktische Ford Transit 350 L2 H2 könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fenstertüren hinten und eine Schiebetür rechts. Damit lässt sich leicht laden. Der Ladeboden aus Kunststoff ist sehr pflegeleicht. Schicke Radabdeckungen runden das Bild ab. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind komfortabel, auch auf längeren Touren. Dank Fenster in Trennwand und in Hecktüren ist der Wagen sehr übersichtlich. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbag und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum USB-Radio gibt es auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und super gut ausgestatteten Ford Transit 350 L2 H2 machen Sie und Ihr Betrieb immer eine gute Figur. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie ihn einfach pro. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.